Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Wir machen weiter. Die Fledermaus befindet ein 064. Was ist los hier? Bäm! Was ist das? Verschlossen, logisch. Ja, ich freue mich, dass ihr... Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid, Leute. Was machen wir denn da? Nee, das auch nicht. War das durch das Fenster-Jumpen einfach? Nee, was? Scheiße, man. Egal. Wir finden es gleich heraus. Ah, da oben. Ja, wie gesagt, ey, cool, dass ihr wieder am Start seid. Part Nummer 5. Und, ähm... Ja, wir machen weiter. Wir sind hier immer noch in der Polizeistation. Wo wir uns jetzt durchfighten müssen, auch wenn es Polen sind. Für bewaffnete Männer habe ich keine Chance. Mit Deathstroke's Fernlenkkralle kann ich über ihnen vorbeikommen. Okay, wir hören. Während ihr Schwachköpfe im Blackgate die Putzkolonne gegeben habt, habe ich ihnen auch Tode gesichert. Wir haben ein Deal mit Black Mask. Wenn einer von uns die Fledermaus tötet, bevor seine Killer es tun, kriegen wir das Kopfgeld. Die ganzen 50 Millionen für diejenigen, die... Ich muss leise sein, damit diese Swat-Männer mich nicht hüllen. Ah, wie Batman schon gesagt hat. Richtig korrupte Bastarde einfach. Richtig korrupte Pisser. Dienen schützen. Normalerweise schon, ja. Aber man sieht ja, wie ernst die Leute das nehmen. Wäre cool, wenn mal jetzt jemand einmal K.O. gehen würde hier. Oh nein. Boah, Wahnsinn. Einfach nur Batman. Wahnsinn. Dieses... Die Leute irgendwo rankleben an solche Sachen. Das war ja auch schon wieder Just Cause mäßig. Alter, Leute. Ohne Scheiß. Hab ich schon gesagt, dass ich mich auch auf Just Cause freue. Just Cause 3. Kommt ja auch noch dieses Jahr raus. Es kommen schon einige geile Spiele noch raus dieses Jahr. Also es wird definitiv genug zu sehen geben hier. Ein bisschen hier von, ein bisschen bar von. Aber hauptsächlich jede Menge geht dich gar nichts an. Schön, wenn du es so haben willst. Vielleicht lasse ich die Jungs aus der Beweismittelsicherung einen Blick darauf werfen. Sie sind aber ein bisschen grob. Ich hoffe, er ist nicht zerbrechlich. Ich will die Handeln. Seh du schon wieder. Oh doch. Oh. Oh. Du antwortest mir. Wie funktioniert dieser Unterbrecher? Frag doch die Bullen. Die Beweismittelsicherung hat ihn. Wie wäre es mit einem Spaziergang auf dem Dach? Okay. Okay. Du gewinnst. Er. Er blockiert Waffen. Überbrückt elektronische Schlösser. Und lässt du mich jetzt los? Wie ist das beim letzten Mal für dich ausgedanken? Kaputt geschlagen einfach. Ricky. Große Klappe. Leblanc. Oder. Keine Ahnung. Wieder ausgesprochen wird der Nachname. Sag mal Leute. Meint ihr, das ist einfach Batmans pure Musclekraft. Seine Muskelkraft. Oder es ist irgendwie ein bisschen so Stabilaturen in seinem Anzug drin. Dass er einfach mal so ein 80, 90 Kilo Mann. Ich würde mal so einschätzen ungefähr. Einfach mal so hochheben kann. Einfach so. Juckt ihn nicht. Ihr wird die Stadt von Dreck wie euch säubern. Ach ja? Wenn er etwas säubern will, sollte er mit dir anfangen. Mach mal das so. What the shit? Zeichen Jungs. Nein! Du Sackratte! Du hast meine Kombu zerstört! Beziehungsweise ich war wieder zu doof. Ah, jetzt habe ich geblockt, ohne dass es nötig war. Jetzt habe ich gar nicht geblockt, obwohl es nötig war. Bam! Sie sollten zur nächsten Notstelle. Machst du Witze? Da kriegen sie uns doch immer. Du checkst es nicht. Anaki checkt es. Aber du... Du checkst es nicht, Mann! Du checkst es nicht, Mann! Warum sagt er sowas zu mir? Ich muss kurz meine Aufnahmezeit checken. Ich habe immer so eine kleine Uhr neben mir laufen. Für die Leute, die es interessiert. Alma, muss ich da überhaupt hin? Ja, eigentlich schon, oder? Hallo! Dann geht es hier weiter. Komm, das muss ich mal eben mitnehmen. Warum nicht? So. Alarm Stufe 1. Eisringling im Gebäude. Alarm Stufe 1. Weg damit! Zack hier, ey. Was soll der Quatsch? Oh, Barbara Gordon. Das ist doch die schlimmste Art, Krimineller. Die Art, die denkt, ihre Handlungen wären gerechtfertigt. Die das System völlig missachtet. Verstehst du es nicht? Das System funktioniert nicht. Barbara, warte! Die wird übrigens auch eine Rolle spielen. In Arkham Knight. Hat man ja auch schon mehrfach gesehen. Sie ist ja Oracle. Auf der Seite, ich rede jetzt kompletten Scheißen. Oder? Ich bin mir da immer nicht ganz zu 100% sicher. Obwohl ich es eigentlich weiß. Glaube ich. Zu wissen. Ich glaube zu wissen, dass ich es weiß. Aber, naja. Keine Garantie. In Ordnung Jungs. Die Fledermaus ist hier. Durchkämm den Raum, sonst regelt ihr bald wieder den Verkehr. So, kurze Übersicht. Äh. Den snappe ich mir gleich, wenn er hier drunter kommt. Komm ruhig her, Kollege. Was brüllen die immer noch? Du musst ihnen direkt eine Faust geben, Batman. Du kannst nicht weitergehen mit uns. Kommt ihr hier runter? Ach komm. Ein bisschen offensiver vorgehen. Ich hoffe das geht gut. Ich weiß nicht. Alles okay da unten. Ich will regelmäßige Statusmeldungen. Das geht schon wieder nicht. Warum kann ich mich nicht daran... Ach, das ist... Das ergibt einfach keinen Sinn. Überwachst weiter eure Sektoren. Bleibt wafflern. Warte mal. Warte mal. Verschwinden die Dinge? Die verschwinden ja. Ich werde diesen Herumtreiber schon finden. Oder? Nee. Aber das hier oben ist weg. Aus welchem Holz ist der denn geschnitten? Ja Leute, wie machen wir das denn jetzt hier? Ihr seid alle gefeuert, wenn ihr das hier vermutet. Verstanden, Lieutenant. Sieht ihn jemand? Mein Herz poppt wie irre. Oh shit, 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 motherfucker. Er ist zurück! Er hat mich gesehen! Wie konnte er mich sehen? Oh scheiße, jetzt bin ich am Arsch. Wer hat er mit? Der Typ hängt da fest, ey. Der Typ hängt fest. Scheiße. Das ist doof. Ja, da hinten kommt auch nicht raus. Oh nein, er ist zurück! Ah, alles klar. Der Pisser hängt da fest. Der Verdächtige ist zurück! Oh, 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 oh. Alter, ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich seh gar nichts mehr jetzt. Warum seh ich das nicht von der Außenperspektive? Ich muss doch meine Übersicht behalten. Egal, warum nochmal kurz ab? Du kommst hier nur in einen Leichensack raus. Klapp! Keine Partie! Ich muss die Kontrolle behalten! Du kannst ihn finden! Hörst du euch Weckung, Männer! Lasst euch von dem Bastard nicht überrumpeln! Schon gut, schon gut. Verstanden? Ah ne, mach den zuletzt, den mach ich zuletzt Der ist mir, der ist zu gefährlich Den kann ich irgendwie nicht Easy locker wegschnappen Aber den kann ich easy locker wegschnappen So, weg mit dir, du kleiner Pisser Die beiden noch Und dann mach ich den als letztes Der hakt da fest, das ist mir zu gefährlich Er kennt sich mit Polizeitaktiken aus Und erteilt uns ne Lektion darin Statusbericht, verdammt Wen hat's ermischt? Und tschüss Da der eine hier festhängt Kann ich dich locker so mitnehmen Zack Und jetzt ist ne Letzte dran Kann man sich ans Fenster lehnen und den da durchprügeln? Das geht glaube ich nicht Da ist unser Mann Äh, ich drück die ganze Zeit B, dass ich da runterkomme Aber Auch das ging nicht so wirklich Man muss aufpassen, siehste Hätte ich den mir geschnappt Wär alles zu Ende gewesen Warte, ich krieg nur C? Soll das ein Wipp sein? Naja, gut Ich hab die jetzt nicht in den krassen Variationen weggemacht Ah was, das überlasse ich den Jungs vom SWAT Wieso das? Hast du nicht gehört? Brandon hat ein Deal mit Black Mask Die wollen die Fledermaus töten und das Kopfgeld einsacken Du willst mich doch verarschen Weißgut Öffrei Das Ende Alarmstufe 1 Alle Einheiten melden sich beim jeweiligen Vorgesetzten Aktuelle Zahlen werden benötigt Es gibt Vermissel Was zur Hölle ist jetzt los? Wer hackt sich schon wieder bei mir rein? Ich bin mit diesem Sicherheitsprotokoll nicht vertraut Und die Fenster bestehen aus verstärktem Glas Vielleicht hilft hier der Unterbrecher aus der Asservatenkammer Das heißt erstmal wieder zurück oder nicht? Das heißt guck erstmal auf die Map Ich muss da durch Ich muss da durch Aber wie? Hab ich irgendwas übersehen? Das war es ja nicht Das war es ja nicht mehr Nicht dass ich irgendwas übersehe Jetzt hat er so keinen Sinn Jetzt hat er so keinen Sinn Wir müssen also wirklich zurück An das kann ich mich nämlich nicht mehr so krass erinnern An die Stationen zwar schon Aber gucken wir mal einfach Aber gucken wir mal einfach Aber gucken wir mal einfach Ach der ist oben Ich weiß wirklich nicht mehr wo ich hin muss Aber irgendwie werden wir schon den Weg finden Auch abgeschlossen Wir müssen auf eine andere Ebene Das ist klar Aber wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Jetzt häng ich natürlich hier Das ist nicht so cool Ich glaube ich habe es Ich glaube ich habe es jetzt schon übersehen Oder? Ich habe es bestimmt jetzt schon übersehen Das ist nicht doch durch den Schießstand Irgendwie Nee wie war denn das nochmal? Ach Leute Ich weiß es nicht mehr Ich weiß es wirklich nicht mehr Ich weiß es wirklich nicht mehr Scheiße man Ich glaube hier wieder der letzte Spaß durch die Gegend Hier einfach durch Ach ich habe die Tür nicht abgecheckt Weil die nicht geleuchtet hat Deswegen Ich habe mich nur auf das Konzentriert Ah Gott Ja gut Hau nicht an Das war die Man nicht Das ist das Problem Ich habe mich nur noch Auf meine Ausrüstung verlassen So dumm Ich habe es so gesagt Ich komme nicht an die Asservatenkammer Ich brauche einen anderen Weg Die Asservatenkammer Nun laut diesen Plänen Grenzt sie an einen alten Aufzugsschacht An den sie über die Krankenstation Gelangen können Ich habe ihn auf ihrer Karte markiert Armade S-Rang bekommen Es war so klar Es war so klar Es war so klar Dass ich sowas Einfaches übersehen habe Aber ich sehe das ja selber Die ganzen Türen leuchten Ich habe mich nur darauf verlesen Ah egal Wir haben es ja jetzt Berichte eines 622 In den unteren Stockwerken Sicherheitspersonal wird benötigt Oh oh Es muss wie ein Unfall aussehen Als ob Gordon die Kontrolle verloren hätte Nein du sollst es den Dicken dir schnappen Junge Man ist es da Er kommt ins Hohlen! Hab ich? Hab ich gut gemacht, oder? Du hast Glück, dass die Gitter zwischen uns sind. Alles klar, werden wir ja gleich sehen. Gut, Sie sind auf der Krankenstation. Suchen Sie den Eingang zu einem alten Aufzugsschacht. Er wird Sie in die Assamantenkammer bringen. Verstanden. Wie man sich denken kann, kriegen wir natürlich noch ein Gadget, wo wir diese Wasserscheiße loswerden. So. Ah, egal. Wir werden gleich sehen. Jetzt sollte ich die Sicherheitsvorkehrungen beim Serverraum überbrücken können. was ist das hier denn? Komm, das nehm ich auch noch mit. Ich gehe echt nur auf Panzer, aber passt ja. Alarm Stufe 1, Aufstand in den Zellen bestätigt. Notfallprotokolle sind aktiv. Ich komme nur mit dem Unterbrecher da durch. Wir haben schon gerade eng gesinnt, Batman. Bruce. Hast du besser auf. So, und jetzt können wir ja mal sehen, was los ist. Wie kann das eigentlich in der Minute passieren, wo wir kurz weg waren? Wie kann das schon mal sehen? Ja, ich bin ein guter Team. Wie kann das schon mal sehen? Ich habe ihn nicht, aber ich habe ihn nicht. Ich bin ein wenig zu. Ich bin ein wenig zu. Ich bin ein wenig zu. Er ist genau den richtigen erwischt. Wie du siehst, werde ich mit euch fertig. Irgendwie. Du Pisser mit deinem Messer. Ja. Ja. Du an dich! Ah, netten! Bitte lasst dich! Schauen wir mal unten! Boah, yes! War nicht perfekt, absolut nicht, aber wir haben es gepackt. Das ist das Wichtigste. Nummer 622 befindet sich bei den Zellen, aber ich höre auch das. Der Aufstand ist vorbei, ich brauche meine Einheit da unten zur Bestätigung. Kannst du es bestätigen? Ich raff's nicht. Du lässt sie raus, um sie zu verdreschen? Ich habe den Aufstand nicht angezettelt. Das waren Brandon und sein Swart. Quatsch, sowas würde kein Kopf tun. Du musst wohl neu sein. Spast. Immer diese Leute, die nur grün hinter den Ohren sind. Aber ohne Witz, ey, wie kann das passieren? Wir waren nur, wir waren alle höchstens zwei Minuten weg. Und direkt ist hier der dritte Weltkrieg ab. Schau. 2? 622 hat die Zellen verlassen. Bleibt auf Alarmbereitschaft. Okay, gebt Bescheid. Überweisen wir Ihnen in Gotham General. Oh. Oh. an alle einheiten Ganz ruhig. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Hm. Aber du musst das Internet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Was ist denn mit dir? Ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Tatsui haben geschossen. Pinguins Handlanger zufolge kann der Unterbrecher ihre Waffen blockieren. Okidoki. Das allerdings beim nächsten Mal, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, ihr das Ganze unterstößen wollt. Und wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, haut rein und tschüss.